Meine Damen und Herren, wir sind immer noch bei der geometrischen Optik, aber nicht mehr lang. Gestern haben wir uns mit dem Prisma beschäftigt und das war die wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir heute näher uns mit den Linsen auseinandersetzen können. Bei Linsen letzten Endes im Grundsätzlichen eine ähnliche Funktionsweise wie Prismen haben, nur heute eine etwas andere geometrische Form und daher auch andere optische Eigenschaften. Ich möchte daher ganz kurz resümieren, was wir gestern über das Prisma gesagt hatten. Das ist jetzt nichts Neues, ich schreibe es nur, zeichne es nur kurz noch einmal her und möchte die wesentlichen Teile, die wir gestern besprochen haben, noch einmal zusammenfassen. Also ein optisches Prisma ist ein durchsichtiger Körper, meist aus Glas, in Form eines solchen Prismas eben, der da so aus der Tafelebene herausschaut und wir nennen den brechenden Winkel dieses Prismas den da hier und nennen ihn Gamma und aufgrund der Eigenschaften der Brechung am Übergang von einem dünneren zu einem dünneren und dann wieder von einem dünneren zu einem dünneren Medium, haben wir zuerst eine Brechung zum Lot, dann eine Brechung vom Lot, daraus ergibt sich insgesamt eine sogenannte Deviation Delta, also der Winkel, um den sich die Richtung des einfallenden Strahls nach Durchtritt durch dieses Prisma verändert. Der brechende Winkel ist Gamma, die Deviation ist Delta. Und wir haben also dann herausgefunden, dass dieses Delta in einer gewissen Näherung, wenn die Winkel alle nicht sehr groß sind, das ist natürlich hier auf der Tafel immer etwas übertrieben gezeichnet, dass man es halt gut sehen kann, aber in der Realität sind die Winkel dann meistens wesentlich kleiner, dass dieses Delta gleich ist Gamma mal n-1. Also, das hängt natürlich ab von der Größe dieses brechenden Winkels, nur der ist ja dann für ein Prisma eine vorgegebene Größe, aber dann eben außerdem, ganz wichtig, abhängig vom Brechungsindex des Glases gegenüber der umgebenden Luft bzw. dem Vakuum. Und dieser Brechungsindex, ich schreibe das auch noch einmal her, weil das so oft dann verwechselt oder vergessen wird, ist nichts anderes als die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes im Vakuum durch die Phasengeschwindigkeit des Lichtes in dem betreffenden Medium, hier dem Glas. Und wir haben auch noch am Schluss, kurz schon in der Überzeit sozusagen, über die Dispersion gesprochen und bei normaler Dispersion ist es also im optischen Bereich so, dass der Brechungsindex für violettes Licht größer ist als der Brechungsindex für rotes Licht. Und wenn das also so ist, dann ergibt sich aus dieser einfachen Formel sofort bei größerem Brechungsindex auch eine größere Deviation. Das heißt, das Violette wird in diesem Prisma stärker gebrochen als das Rote und wenn man also weißes Licht verwendet, dann zeigt sich eben, dass man dieses Licht in die Spektralfarben aufspalten kann. Das ist eben der Grund für die Bezeichnung Dispersion und dass das violette Licht stärker gebrochen wird als das rote. Wir werden in ein paar Tagen auch über die Eigenschaften von optischen Gittern sprechen. Die kann man auch dazu verwenden, Spektroskopie zu betreiben und die Wellenlängen von Licht zu bestimmen. Und bei der Aufspaltung, die man dort sieht, ergibt sich dann gerade das umgekehrte Verhalten. Möchte ich gleich hinzufügen jetzt. Weil man dort also dann ganz andere physikalische Grundgesetze verwendet, um das zu interpretieren. Das werden wir besprechen. Dort spielt dann die Interferenz eine wesentliche Rolle. Und beim Gitter zeigt sich also, dass das rote, also langwelligere Licht, stärker gebeugt wird als das violette. Also man hat da durchaus unterschiedliches Verhalten. Und ich habe auch gestern kurz erwähnt, dann am Schluss, dass man auch von Totalreflexion sprechen kann. Wenn ein Lichtstrahl sozusagen zu flach vom dichteren Medium herkommend auf das Dünnere auftrifft, dann wird die Brechung vom Lot so stark vom Lot weg. So stark, dass dieser Lichtstrahl gar nicht mehr in das andere, dünnere Medium eintreten kann. Und ich habe auch das Umkehrprisma erwähnt, wo man also erreichen kann, dass ein Lichtstrahl bei zweifacher Totalreflexion an einem optischen Prisma dann gerade wieder in sich selbst zurückreflektiert wird. Und sowas können wir Ihnen hier auch noch so als Nachtrag mit einem solchen Prisma hier auch wirklich zeigen. Wenn Sie da bitte die Strahlen wieder auslassen auf das Prisma, dann sehen Sie also hier, wenn man da parallele Strahlen auf das Prisma auffallen lässt, schauen Sie vor allem auf diese unteren zwei, da kommt dann so ein Strahl in das Prisma hinein, trifft zunächst senkrecht auf diese Grenzfläche auf und geht daher ungebrochen weiter, wird dann einmal und ein zweites Mal total reflektiert und verlässt hier wieder das Prisma. Vielleicht macht man jetzt auch anschließend auch nur einen solchen Strahl, dann sieht man noch deutlicher, wie ein solcher Strahl dieses Prisma trifft und wieder verlässt. Also trifft hier ein, wird zweimal reflektiert und verlässt hier wieder dieses Prisma. Und wenn man also einen zweiten Strahl unten hinzufügt, jetzt tun wir wieder die drei, die wir da haben, und den oberen, den tun wir weg, wenn jetzt da der untere hereinkommt und der wieder so reflektiert ist, dann sieht man, dass es hier zu einer entsprechenden Umkehrung kommt. So etwas nennt man ein Umkehrprisma. Okay, vielen Dank, Herr Litschauer. Also soviel noch als kleiner Nachtrag zu den Prismen. Insbesondere, wo wir ja eben die Prismen und ihre Eigenschaften jetzt unmittelbar anschließend im Weiteren auch benötigen werden. Jetzt wenden wir uns aber nach den Prismen den Linsen zu. Und bei den Linsen wollen wir uns jetzt zunächst einmal darüber im Klaren werden, was für verschiedene Linsen wollen wir denn überhaupt betrachten. Brechung an Linsen. Und in weiterer Folge schauen wir uns dann natürlich auch an, was ist denn zu erwarten und warum ist das so? Das muss ja aufgrund der geometrischen Optik durchaus leicht erklärbar sein. Also schauen wir uns einmal die Arten von Linsen an, die typischerweise verwendet werden. Und da gibt es also die Linse, von der man am meisten spricht, die bikonvexe Linse. Also da eine konvexe Fläche, da eine konvexe Fläche, bikonvex. Naja, das nächste, was man dann betrachten kann, ist entsprechend das Umgekehrte. Die wird immer schlanker nach innen und dann nach außen wieder dann dicker. Das muss sich auch in einem anderen Verhalten zeigen. Und dann gibt es noch so Sonderfälle wie plankonvex oder plankonkav. Wieder, dies ist innenbauchiger und die andere ist innenschlanker. Und letztlich haben wir dann auch konkavkonvex. Sowas sieht so aus. Das ist eine koncave, das ist eine konvexe Fläche. Oder konvexkonkav, wo man also dann links die konvexe Fläche hat und rechts eine konkave Fläche. Also eine Reihe von unterschiedlichen Linsenformen, die ich Ihnen hier auf einer solchen optischen Achse heute einmal angeordnet habe. Und dazu ist zu sagen, meistens verwendet man sphärische Linsen. Also diese Flächen, die man hier betrachtet, sind sphärische Flächen. Der Grund ist ähnlich wie bei den Spiegeln, dass sphärische Flächen sich besser schleifen lassen als etwa parabolische Flächen. Aber für Spezialanwendungen kann man auch andere Linsen herstellen und die sind dann entsprechend aufwendiger. Wir werden uns also mit sphärischen Linsen auseinandersetzen und es zeigt sich, wenn man gewisse Näherungen macht, insbesondere eben, wenn man wieder Strahlen betrachtet mit kleinen Winkeln und in der Nähe der Achse, dann ergibt es sich so, dass man auch mit sphärischen Linsen sehr sinnvolle Abbildungen erzielen kann. Eine weitere Sache ist, dass man oftmals auch Systeme verwendet, wo mehrere Linsen kombiniert werden. Also wenn wir mehrere Linsen haben, dann haben wir sogenannte Linsensysteme. Solche Linsensysteme sind vor allem dann wichtig, wenn man eine verhältnismäßig präzise Darstellung und Abbildung von Gegenständen erzielen möchte und Fehler, die sich aufgrund von gewissen Ungenauigkeiten bei einzelnen Linsen ergeben, korrigiert werden müssen. Wir werden über Linsenfehler auch noch genauer sprechen. Und natürlich, in vielen Fällen ist es auch sinnvoll, verhältnismäßig dünne Linsen zu betrachten und nicht besonders bauchige, weil bei so besonders starken Krümmungen und besonders bauchigen Formen werden dann auch Linsenfehler besonders stark in Erscheinung treten. Und eben, was auch wichtig ist, wir schauen uns dann eben häufig, vor allem nur achsennahe Strahlen an. Also das ist es, was also bei den Linsen besonders im Vordergrund steht. Und jetzt ergibt sich natürlich die Frage, was machen denn solche Linsen? Was passiert, wenn man eine solche Linse in einen Strahlengang hineinbringt? Und da möchte ich gleich vorweg zeigen, womit wir rechnen können, aber das zeigen wir Ihnen zuerst gleich an der Hartelscheibe. Da machen wir wieder etwas finsterer und schauen uns also an, was passiert, wenn man also etwa eine Bikon-Wechselinse, eine, die in der Mitte dicker wird, in ein Parallelstrahlenbündel bringt, dann tun wir alle, alle Strahlen, die wir haben. Dann sehen Sie, dass also, wenn man diese Linse da hier mit diesen Parallelstrahlen anstrahlt, dass hinter der Linse diese Strahlen gesammelt werden und in etwa in einem Punkt gesammelt werden. Aber heute nur in etwa, weil wir hier auch sehr achsenferne Strahlen betrachten. Nehmen wir diese achsenfernen Strahlen weg und betrachten nur achsennähere Strahlen, dann wird dieses Verhalten bereits wesentlich genauer sichtbar und man kann also erkennen, dass ein achsennahes Parallelstrahlenbündel durch eine solche bikonvexe Sammellinse, deswegen heißt sie auch Sammellinse, in einem Punkt hinter der Linse gesammelt wird. Diesen Punkt nennen wir in Analogie zu der Situation bei sphärischen Spiegeln den Brennpunkt. Dort, wo also dann alle Energie, die von diesem primären Parallelstrahlbündel herkommt, in einem solchen Punkt gesammelt wird und wenn man also da entsprechend intensive Strahlung hat, dann kann es dort schon heiß werden in diesem Brennpunkt. Daher Brennpunkt. Das passiert also, wenn man eine Bikonvexlinse nimmt. Betrachten wir dagegen jetzt eine Bikonkavlinse, also die, die innen schlanker wird, das ist ja mit dieser Hartelscheibe Gott sei Dank sehr leicht möglich, hier einen entsprechenden Wechsel vorzunehmen und wenn wir wieder jetzt die Strahlen alle betrachten, dann sehen Sie wieder ein Parallelstrahlenbündel von links, aber es passiert jetzt das Umgekehrte. Die Strahlen werden nicht gesammelt, sondern zerstreut. Wir haben eine sogenannte Zerstreuungslinse und da gibt es also hier hinter der Linse gar keinen Brennpunkt. Aber Sie können sich schon überlegen, man kann natürlich, wenn man möchte, die Lichtstrahlen nach hinten verlängern. Das wäre also eine Stelle, die dann ein Beobachter, der hinter der Linse sich befindet, vermuten würde, wo der Strahl herkommt und da zeigt sich dann, dass alle diese Strahlen hier im Wesentlichen von einem Punkt, der auf der linken Seite der Linse ist, herzukommen scheinen. Und den nennen wir dann auch in Analogie zum Brennpunkt bei den Sammellinsen, den Brennpunkt einer Zerstreuungslinse. Obwohl dort nichts brennt, weil dort gar keine Strahlen wirklich sich sammeln, sondern sie scheinen nur von diesem Punkt zu kommen. Das ist also ein wesentlicher Unterschied. Vielen Dank, Herr Litschauer. Ich fasse das auch, wenn man das da, soll ich da drauf drücken? Okay, das ist immer ein bisschen anders. Ich fasse das hier auch noch zusammen. Bei der Sammellinse kommt also von links ein Parallelstrahlenbündel, wird dann in der Linse gebrochen und in einem Punkt den Brennpunkt gesammelt und wir nennen die Distanz von der Linsenmitte bis zu diesem Brennpunkt die Brennweite und diese Brennweite wird in diesem Fall also eine Größe größer Null angeben. F' ist also der erste Brennpunkt sozusagen. Man kann dann einen zweiten definieren, wenn das Licht von der anderen Seite einfällt. Hingegen bei der Zerstreuungslinse ist es so, dass wir, wenn wir die betrachten, hier eine Bicon-Kav-Linse, dass dann das Parallelstrahlenbündel zerstreut wird, derart, als würden alle die Strahlen von einem Brennpunkt kommen. Da ist jetzt dieser erste Brennpunkt F' links von der Linse. Daher wird die Brennweite auch kleiner Null angenommen und diese Distanz von der Linsenmitte bis zum Brennpunkt ist dann gleich minus F. Wenn F kleiner Null ist, ist die Distanz, so wie es sich für das Distanzen gehört, natürlich wieder eine Zahl größer Null. Also hier sehen Sie die Bedeutung des Brennpunktes bei Sammel- und Zerstreuungslinsen und insbesondere für den Fall der Sammel-Linsen erweist es sich oft als sehr nützlich, dass man schnell erkennen kann, so durch ein Freihand-Experiment gewissermaßen, wie groß ist denn die Brennweite meiner Sammel-Linse. Und das ist etwas, was Sie eigentlich schon bei dieser kurzen Optik-Einführung auch kennenlernen sollten. Und damit ich Ihnen das zeigen kann, hat der Herr Litschauer daher für Sie eine Lichtquelle aufgebaut, wo also dann Licht so quer durch den ganzen Hörser hindurch gesendet wird. Und wenn ich nun wissen möchte, was hat diese Sammel-Linse hier für eine Brennweite, dann ist es zweckmäßig, diese Linse mit einem möglichst parallelen Strahlenbündel zu beaufschlagen. Das heißt, ich gehe von meiner Lichtquelle ein Stück weg, zum Beispiel bis hierher. Und wenn ich jetzt diese Linse nehme, dann schauen Sie, wenn ich gerade entsprechend in die richtige Distanz gehe, können das alle noch sehen, die da drüben nicht mehr so gut was, aber ich kann ja dann weiter rüber gehen, warten Sie nur. Dann sehen Sie hier schon, da bildet sich dieser Brennpunkt in einer gewissen Strecke hinter der Linse ab und das sind da circa 20 Zentimeter, was ich da so sehe. Und das bleibt auch dann so, wenn ich weiter weg gehe, das Licht ist von so weit weg schon sehr weit gehend parallel und Sie sehen auch hier wieder, jetzt sehen Sie die da herüben auch schon, sehen Sie alle, sehen Sie da den Brennpunkt, der ist wieder circa 20 Zentimeter von der Linse entfernt. Und das bleibt so, da kann ja bis zum Schluss darüber gehen und das da hierher machen und auch hier sehen Sie da, wie sich sehr sauber dieser Brennpunkt bildet in etwa 20 Zentimeter und ich glaube die hat 20, na schauen Sie, die hat 20 Zentimeter Brennweite. Natürlich, wenn man zu nahe geht, wenn das also noch nicht wirklich ein Parallelstrahlenbündel ist, dann passt das nicht mehr so genau und dann hat man auch nicht mehr einen schönen Punkt, sondern da bildet man dann die Glühwändel dieser Lichtquelle ab. Aber das kann man dann auch von da oben machen, dass man anschaut, wo sich die ganzen Lichtquellen da abbilden. Schauen Sie, sehen Sie das? Da sehen Sie die Decke von dem Hörser und das ist wieder circa 20 Zentimeter weg, weil das weit genug weg ist, dass das praktisch schon für die Linse ein Parallelstrahlenbündel ist. Was Ihnen damit nur nahe bringen möchte, ist, wenn Sie so eine Linse, etwa eine Lupe zur Hand nehmen und Sie wollen einfach nur wissen, was hat das jetzt für eine Brennweite? Na, das haben schnell heraus. Dann waren die Sonnenschein das überhaupt ganz gut, nur da wird es dann meistens ein bisschen heiß im Brennpunkt, aber dann haben Sie ein besonders paralleles Strahlenbündel und können Sie natürlich wunderbar anschauen, was man da dann für eine Brennweite hat. Also, das wollte ich Ihnen nur zeigen und ich danke Ihnen, Herr Litschauer, dass Sie mir das Parallelstrahlenbündel zur Verfügung gestellt haben. Also, das ist keine Hexerei, sich einen schnellen Überblick über die Brennweite einer Sammellinse zu verschaffen. Wenn man es genauer wissen muss, muss man auch genauer schauen, sowas machen wir ja in dem begleitenden Methodenpraktikum, wenn man da Brennweiten genauer bestimmen möchte, auf das gehe ich hier im Einzelnen jetzt gar nicht ein. Und natürlich auch die Brennweite von Zerstreuungslinsen ist wichtig, aber das kann man so leicht mit Freihandversuchen dann nicht machen, aber da haben Sie ja dann im Praktikum einige Erfahrungen dazu schon gemacht. Bitte. Also, wenn die, natürlich hat jede Glasoberfläche auch Reflexionseigenschaften, daher wird ein kleiner Prozentsatz von der einfallenden Strahlung auch reflektiert und das ist dann wie ein sphärischer Spiegel. und hat natürlich genau die Eigenschaften eines sphärischen Spiegels, aber die Brennweite dieses sphärischen Spiegels muss nicht gleich sein der Brennweite der Linse. Über das werden wir später heute noch sprechen, wie die Brennweite einer Linse mit dem Krümmungsradius der entsprechenden Glasoberflächen der Linse zusammenhängt. Und da zeigt sich, dass das also in manchen Fällen analog geht, wie bei den sphärischen Spiegeln in anderen nicht. Sie haben praktisch nur 5% des Lichtes wie an einem sphärischen Spiegel reflektiert. Aber das ist meistens ein sehr kleiner Bestandteil des gesamten Lichtes und gut, dass Sie das auch erwähnen, wenn man also möglichst qualitätvolle Abbildungen mit Linsen erzielen möchte, dann schaut man auch drauf, dass zumindest in dem Wellenlängenbereich, der relevant ist, die Oberflächen der Linsen vergütet sind, das heißt also vor allem entspiegelt sind, dass solche Irritationen nicht passieren werden. Außerdem machen das die Optiker gern, weil wer hat schon gern eine Linsen auf, die dann spiegelt noch alle Seiten. Also auch rein schon aus ästhetischen Gründen bei Linsen macht man entspiegelt gelungen, aber nicht nur das, es erhöht auch die Qualität der Abbildung. Gut, also jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Linsen gelernt, jetzt wollen wir uns anschauen, wie also nun wirklich insbesondere für den sehr häufigen und wichtigen Fall einer Sammellinse diese Abbildung und insbesondere diese Sammlung eines Parallelstrahlenbündels in einem Brennpunkt wirklich zustande kommt. Und da werden wir also die Brechung an sphärischen die Brechung an sphärischen dünnen Linsen speziell betrachten. Also sphärische Linsen, dünne Linsen und wir werden hauptsächlich achsennahe Strahlen betrachten. Und kein Linsensystem, sondern nur eine Linse. Und insbesondere betrachten wir zunächst eben eine Sammellinse. Das ist also Bi-Konvex, die erste von diesen verschiedenen Sorten, die ich Ihnen da hier aufgezeichnet habe. Und das ist also schon eine etwas aufwendigere Geschichte, wo also meine Zeichenkünste da an der Tafel wieder sehr gefordert sind. Und ich hoffe, dass es einigermaßen übersichtlich bleibt. Also ich werde hier mal großmächtig eine optische Achse erzeugen. Und wir werden einmal da zunächst eine sphärische Bi-Konvex Linse aufzeichnen. Die möge also zum Beispiel so ausschauen. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, der hat doch über dünne Linsen gesprochen. Also das ist alles andere als eine dünne Linse. Aber ich sage Ihnen ja, damit man das Ganze irgendwie zeigen kann, muss ich natürlich übertreiben, sonst sieht man vielerlei gar nicht, was man eigentlich braucht, um die Dinge zu verstehen. Also nehmen wir an, das sei jetzt einmal unsere sphärische dünne Linse. Eine bi-konvexe Sammellinse. Naja, das Erste, was wir hier betrachten müssen und betrachten werden, sind die Krümmungsmittelpunkte dieser beiden sphärischen Flächen. Na, der Krümmungsmittelpunkt ist vielleicht da, der Krümmungsmittel Sie können sich denken, dass das jeweils eine Kugelfläche ist, mit dem Mittelpunkt hier und die Kugelfläche mit dem Mittelpunkt hier. Wir nennen daher diesen Krümmungsmittelpunkt auch O2, weil er sich auf diese zweite Fläche bezieht und O1, weil er sich auf diese erste Fläche bezieht. Wir tun immer von links nach rechts, das hat sich irgendwie so eingebürgert, das Licht kommt von rechts, von links und meistens steht dann da auch der Gegenstand und irgendwo da drüben ist dann das Bild, so sind die üblichen Darstellungen, damit das Ganze ein gewisses Schema hat. Das ist nicht, weil das so sein muss und nicht, weil mir das so gefällt, sondern weil es irgendwie auch einfacher ist, es sich zu visualisieren, wenn man in einer solchen Weise vorgeht. Naja, und jetzt schauen wir einmal an, wenn ein Licht von einem Punkt A ausgeht, ein Lichtstrahl, der also diese Linse trifft, was man da erwarten kann. Gehen wir einmal davon aus, dieser Lichtstrahl trifft hier die erste Fläche dieser Sammellinse. Naja, da wird also dann hier einmal eine Brechung erfolgen und das Lot ist das, das hier durch den Krümmungsmittelpunkt geht. Dieser Radius steht natürlich senkrecht an der Stelle auf diese sphärische Fläche. Naja, also hier hat man einen rechten Winkel und es wird eine Brechung, wenn man da vom dünneren ins dichtere Medium geht, jetzt wie vom oder zum Lot zum Lot wenn es ins dichtere geht, geht es immer zum Lot. Also eine Brechung zum Lot stattfindet, das Lot ist da, wenn es zum Lot geht, geht es also etwa da hier so herunter. Brechung zum Lot. Naja, aber jetzt trifft es also wieder eine weitere sphärische Fläche und da geht es wieder ums Lot auf diese Fläche und das ist dieses Lot. Da ist hier wieder ein rechter Winkel. Jetzt haben wir eine Brechung beim Austritt, also das muss man anzeichnen, da geht es rein, jetzt der Austritt, da geht es jetzt vom dichteren ins dünnere Medium, da brauche ich nicht mehr fragen, das ist jetzt gleich, Brechung vom Lot, also das wird dann entsprechend der Winkel da wieder größer werden und das geht dann irgendwie da so herunter und trifft da auf einen Punkt B wieder die Achse. So kann man sich also im Prinzip leicht überlegen, so muss wohl der Strahlenverlauf durch diese Linse stattfinden. Ich glaube, das ist leicht zu verstehen. Na, was jetzt wichtig ist, ist, dass man hier natürlich für diesen konkreten Fall das Verhalten dieser Linse durch das Verhalten eines Prismas modellieren kann, denn Sie können da hier eine Tangentialfläche anlegen, die geht da herauf, da eine Tangentialfläche, die geht da herauf und da haben Sie ein Prisma damit, das genau das gleiche macht für diesen speziellen Strahl wie die Linse. Weil in dieser unmittelbaren Stelle ist ja dieses Prisma da Tangential an diese gekrümmte Fläche und für den Strahl hat das die gleichen Eigenschaften. Damit haben wir insbesondere da oben den brechenden Winkel Gamma so wie da. Und natürlich außerdem wenn Sie das da hier so verlängern und das da auch verlängern dieser Winkel hier das ist die Deviation Delta die gesamte Richtungsänderung des Strahles vom Eintritt in die Linse beziehungsweise dieses Modell Prisma bis zum Auftritt wieder. Also ich glaube das kann man schon recht deutlich sehen. Und wir wollen jetzt damit wir wissen worüber wir reden diese Winkel auch noch bezeichnen. Das sei Alpha 1 dann das ist Beta 2 weil es zu dem O2 gehört. Dann haben wir da Beta 1 und dann haben wir da Alpha 2 weil es zum Punkt B zuerst geht es ja da weg dann kommst da rüber AB wollen wir uns so überlegen und außerdem dann werden wir hier mit R2 den Krümmungsradius der zweiten der hinteren Fläche und da mit R1 den Krümmungsradius der ersten vorderen sphärischen Fläche haben. Und wollen wir uns außerdem noch hier diese Höhen einzeichnen. Diese Höhen da stehen natürlich senkrecht auf die optische Achse und wir nennen sie H1 und H2. Und wenn ich sonst nichts vergessen habe, doch, etwas habe ich noch vergessen, wir können nämlich außerdem völlig analog zu dem, was wir da hier seinerzeit gestern gezeichnet haben, auch uns überlegen, dass dieser brechende Winkel Gamma da noch einmal auftritt in dieser Zeichnung als normalen Winkel. Denn senkrecht auf diese Richtung steht die, senkrecht auf diese Richtung steht die, das heißt das Gamma kommt da drinnen noch einmal vor. Das Winkel zwischen diesen beiden Loten auf entsprechenden Glas Oberflächen hat den, ist gleich groß wie der brechende Winkel da oben und das Delta ist eben die gesamte Deviation. Jetzt aber glaube ich, doch, noch was habe ich vergessen. Aber es macht ja nichts, man kann ja schrittweise alle was zusammen sammeln, was man so braucht. Aber bevor ich jetzt noch was einzeichne, noch glaube ich, ist die Zeichnung einigermaßen erträglich. Ist Ihnen die geometrische Situation hier einigermaßen verständlich? Wissen Sie, worum es geht? Wir wollen nichts anderes als nachschauen, was passiert mit einem Strahl, der von da hier ausgeht und da die Linse trifft und durch diese Brechung, so wie an einem Prisma, wird der dann irgendwann wieder zu der Achse zurückkehren. Und alle diese Bezeichnungen, Winkel und Längen und Raden und so weiter sollen uns jetzt dazu dienen, dass wir da uns einen geometrischen Überblick verschaffen. und was was ich als letztes noch hinzu einzeichnen möchte, sind die Abstände des Punktes A und des Punktes B von der Linse und die werden wir einfach so auftragen. Das ist der Abstand des Punktes A von der Linse und das ist der Abstand des Punktes B von der Linse. Jetzt werden Sie sagen, Moment, das ist ja gar nicht von derselben Stelle gerechnet, aber wir wollen ja eine dünne Linse betrachten. Das ist ja da so fett, damit ich das alles schön zeichnen kann. Aber wenn das eine dünne Linse ist, dann sind die Radien größer, dann ist das nur ganz flach, dann spielt das gar keine Rolle mehr, dass das da nicht der gleiche Punkt ist. Dann kann man diese Ungenauigkeiten vernachlässigen, wenn eben die Dicke der Linse klein ist gegen die sonstigen Dimensionen. Und außerdem, wenn man nur lauter fast achsparallelle Strahlen verwendet, also kleine Winkel, also über die Näherungen wollen wir ja jetzt noch, wenn wir dann eine kleine Ableitung dazu machen, uns noch näher unterhalten. Also vielleicht sollte ich noch dazuschreiben, damit das hier aus dieser Zeichnung auch wirklich klar ist. O1 und O2 sind die Krümmungsmittelpunkte. Und A und B das Na das ist klar, Freunde her schreiben, das sind die Punkte, wo die Lichtstrahlen ausgehen und wieder zurückkommen, aber R1 und R2 sind die Krümmungs Radien. Das ist das, was ein Linsenmacher wissen muss. Wenn der eine Linse herstellen soll und sie sagen ihm, was will ich für eine Linse, dann wird er sich fragen, was soll der Krümmungsradius der einen und der anderen Fläche sein? Das ist das, worum es eigentlich geht bei der Herstellung von Linsen, was also eigentlich die Krümmungsradien sind. Und was man hier natürlich auch noch dazu schreiben sollte, ist, wie dieses Delta und dieses Gamma mit den anderen Winkeln zusammenhängt. Also schauen wir mal das Delta an. Da betrachten wir dieses Dreieck, schauen Sie mal von hier bis da herauf und dann wieder da heraus. Ein solches Dreieck schauen wir uns an. Da sind das die Winkel Alpha 1 und Alpha 2 in dem Dreieck und das Delta ist ein Außenwinkel dieses Dreiecks und wegen der ganz trivialen Zusammenhänge weil die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist muss dieses Delta daher gleich Alpha 1 plus Alpha 2 sein. Ist das akzeptabel für alle? Delta ist Alpha 1 plus Alpha 2 und andererseits das Gamma das gibt es etwas ähnliches. Da schauen wir uns jetzt dieses Dreieck an. Von O2 bis da herauf da wieder herunter und da wieder zurück und Sie sehen jetzt haben wir da die Winkel Beta 1 und Beta 2 dem Dreieck und das Gamma ist für dieses Dreieck ein Außenwinkel. Also haben wir jetzt entsprechend die Summe der beiden ist gleich das Gamma. Gamma ist also gleich Beta 1 plus Beta 2. Ich muss hier bei der Stelle betonen diese Bezeichnungen für Alpha und Beta sind nicht ident zu den Bezeichnungen die wir gestern beim Prisma hatten. Da waren etwas andere Winkel da hatten wir da die Einfalls- und Ausfallswinkel mit Alpha und Beta bezeichnet das ist da etwas anders macht ja nichts wir wollen jetzt bei der Bezeichnungsweise bleiben und ich möchte Ihnen jetzt übrigens damit Sie nicht nur an meiner Hand gezeichneten Zeichnung hängen bleiben auch die da herlegen die ist nicht viel was anderes als das was ich da gezeichnet habe nur natürlich schöner als was man so mit der Hand zusammen zeichnet nur finde ich halt andererseits wenn man sich das selbst so herstellt und vielleicht haben Sie das auch getan da hat man was davon weil man dann so während des Zeichnens schon sieht worum es geht eine letzte kleine Sache möchte ich noch erwähnen bevor wir dann drangehen uns die Sache anzuschauen und auszuwerten diese Höhen H1 und H2 das sind natürlich im Prinzip unterschiedliche Höhen aber wenn die Sammellinse eine dünne Linse ist und wenn die Winkel nicht groß sind dann werden diese beiden Höhen sich nicht sehr stark voneinander unterscheiden also das H1 wird ungefähr gleich dem H2 sein und mit diesen Voraussetzungen da schreibe ich noch eigens dazu Dünne Linse um klar zu machen wir beziehen sie uns ja hier auf dünne Linsen naja jetzt haben wir glaube ich alle Voraussetzungen dass wir da jetzt uns auch konkret etwas ausrechnen können was wollen wir denn eigentlich ausrechnen was interessiert uns denn denken sie praktisch wir wissen ja jetzt schon so eine Sammellinse sammelt sie haben sogar gesehen dass man den Brennpunkt in sehr einfacher Weise so ganz gut ermitteln kann so in einem Freihand Experiment und dass man daher auch die Brennweite recht schnell kriegt worum geht es denn wenn man so eine Linse haben möchte dann möchte man eine Linse mit einer bestimmten Brennweite haben und es geht darum wie hängt die Brennweite mit den Gegebenheiten hier zusammen also insbesondere mit den Krümmungsradien das ist das eine weil das ist das was der Linsenmacher macht und mit dem Brechungsindex des Mediums gibt es ja verschiedene Gläser auch Kronglas und Flintglas und alle möglichen anderen Sorten die man verwenden kann mit etwas unterschiedlichen Brechungsindizes um halt so Abbildungen herstellen zu können also eine wichtige weitere Größe ist natürlich der Brechungsindex den haben wir ja schon mehrfach betont und besprochen auch bewusst da am Anfang noch einmal auch mit seiner Definition der Brechungsindex ist eben das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit zu der Phasengeschwindigkeit des Lichtes in dem jeweils betrachteten Medium und der wird üblicherweise ein bisschen größer als 1 sein naja wie gehen wir also jetzt vor um für diese Linse mit ihren Bestimmungsstücken die Brennweite ermitteln zu können denn das ist es ja eigentlich was wir ganz gern hätten da werden wir uns als erstes einmal diesen Deviationswinkel Delta der ja eigentlich die Physik darstellt für diesen einen Lichtdurchgang da hier der stellt dar um welchen Winkel sich dieses Licht eben da der Lichtstrahl sich verändert wir werden diese Deviation Delta auf zwei Arten berechnen und dann entsprechend schauen wie wir da also jetzt eine daraus eine Schlussfolgerung ziehen können einmal geometrisch da braucht man nur das nehmen was dort oben steht Delta ist Alpha 1 plus Alpha 2 das ist also der Winkel den der Lichtstrahl zur Achse einschließt wenn er einmal von dem Punkt A ausgeht und Alpha 2 wieder der Winkel den der Lichtstrahl wieder dann mit der Achse einschließt wenn er aus der Linse wieder herauskommt und andererseits aber können wir dieses Delta ja auch ausrechnen als das ist also geometrisch als so wie es da oben steht Gamma mal n minus 1 da kommt der Brechungsindex ins Spiel da haben wir die Überlegung das eben für diesen speziellen Lichtstreu diese Linse dasselbe tut was ein Prisma mit diesem brechenden Winkel Gamma tun würde wenn man es dort überstülpt gewissermaßen also Gamma mal n minus 1 oder wir können auch schreiben n minus 1 mal und für das Gamma setzen wir da oben jetzt ein Beta 1 plus Beta 2 entsprechend unserer Überlegung das ist also jetzt nicht geometrisch sondern vom Prisma her aufgrund dessen was wir gestern ausgehend vom Brechungsgesetz ermittelt haben von dem Snellius naja jetzt schauen wir mal an wie können wir denn dieses Alpha 1 und Alpha 2 und Beta 1 Beta 2 noch darstellen wenn wir uns diese Zeichnung genauer anschauen dann erkennt man dass es Näherungen gibt einerseits für Alpha 1 und Alpha 2 wir erhalten dass das Alpha 1 ungefähr gleich ist schauen wir uns das einmal an H1 durch A A durch A jetzt werden Sie sagen H1 das ist ja der Tangens von Alpha 1 aber wir machen lauter kleine Winkel und bei kleinen Winkeln ist der Tangens ungefähr gleich dem Sinus und gleich ungefähr dem Winkel im Bogenmaß für genügend kleine Winkel stimmt das recht gut das können Sie sofort an Ihrem Taschenrechner feststellen Sie müssen nur natürlich den Winkel im Bogenmaß eingeben sonst stimmt es nicht also wenn Sie den Grad eingeben und Sie nehmen als kleinen Winkel 2 Grad dann wäre der Sinus von 2 Grad 2 na blödsinn der Sinus wird ja gar nicht mehr als 1 sondern den Winkel muss man dann natürlich im Bogenmaß angeben aber das macht man in der Physik eigentlich eh allen Teilen überall diese diese Winkel bis 90 Grad für einen rechten Winkel das geistert nach wie vor in unser aller Köpfe herum und man verwendet das oft wenn man heute einen Winkel charakterisieren möchte aber für das wirkliche Rechnen verwendet man praktisch ausschließlich das Bogenmaß also wenn wir davon ausgehen die Winkel sind alle klein dann ist also dieses Alpha 1 in guter Näherung H1 durch A und entsprechend Alpha 2 kriegt man dann natürlich auch heraus als H2 durch B dazu ist auch zu sagen das ist es ja eigentlich wie die Definition des Winkels ist Länge des Bogens durch Radius das macht den Winkel aus im Bogenmaß Länge des Bogens durch Radius und Radius 1 wäre dann der Winkel gleich dem Bogen naja also daher H2 durch B dieser Winkel Alpha 2 im Bogenmaß natürlich und andererseits kriegen wir auch Beta 1 und Beta 2 heraus Beta 1 lässt sich also auch recht schön darstellen dann nehmen wir wieder so Dreieckerl her dann nehmen wir die H2 durch A und H2 durch R2 so H2 durch R2 ist näherungsweise das Beta 2 und H1 durch R1 ist näherungsweise das Beta 1 also das Beta 1 ist ungefähr H1 durch R1 und das Beta 2 ungefähr H2 durch R2 so jetzt unterbreche ich kurz und frage nach ob sie das alles noch fressen sozusagen oder ob ihnen das alles schon nur mehr abstrus erscheint und ob sie zumindest wissen was ich meine also kein flammender Protest Gott sei Dank ok also damit haben wir doch einige jetzt schon auf die Reihe gebracht denn jetzt jetzt können wir das was wir da haben diese Alphas und Betas in diese obige Beziehungen einsetzen und wir können beide Beziehungen miteinander vergleichen denn das ist ja beides Delta die müssen ja gleich sein ist ja dasselbe Delta wir haben es nur einmal geometrisch und einmal aufgrund der Physik des Prismas aufgeschrieben nur wollen wir das also gleich jetzt hernehmen und miteinander vergleichen also erhalten wir damit durch Vergleich folgendes das Delta gemäß diese geometrischen Überlegungen und das andere das Delta gemäß Prisma setzen wir gleich und setzen dabei gleich diese Alphas und Betas von da herunten ein und kriegen damit das Delta hier ist Alpha 1 plus Alpha 2 das ist also H1 A plus H2 durch B schreien wir vielleicht her Delta ist gleich H1 durch A plus H2 durch B das ist also Alpha 1 plus Alpha 2 H1 durch A plus H2 durch B und ist andererseits eben wieder ungefähr gleich dem Delta von hier N minus 1 mal und da haben wir jetzt Beta 1 plus Beta 2 die nehmen wir von da hier H1 durch R1 plus H2 durch R2 Beides ist Delta Naja wir haben da oben schon geschrieben wegen der dünnen Linsenannahme dass H1 ungefähr gleich H2 ist wenn man das einmal annimmt dass die beiden gleich sind dann kriegen wir einen Ausdruck wo man also die H alle herauskürzen kann es bleibt dann nur mehr stehen dass wir erhalten 1 durch A plus 1 durch B ist gleich N minus 1 mal 1 durch R1 plus 1 durch R2 das ist schon ganz schön damit haben wir schon eine recht gute Möglichkeit die Eigenschaften dieser Linsen darzustellen nur Brennweite ist dabei noch keine herausgekommen aber sie können davon ausgehen wenn sie sich also diese Gleichung näher anschauen ich kastle sie noch nicht ein weil es noch nicht unsere Endgleichung ist wenn sie diese Gleichung anschauen dann sehen sie jedenfalls dass diese Beziehung hier die da steht nicht mehr explizit die Winkel Alpha 1 und Alpha 2 enthalten Winkel Alpha 1 und Alpha 2 nicht explizit enthalten das heißt es ist gar nicht so wichtig unter welchem Winkel von A der Strau weg geht er wird in jedem Fall wieder nach B zurück kommen weil die konkrete Größe von Alpha 1 und Alpha 2 in dieser Gleichung gar nicht mehr drinnen steht also werden alle Strahlen aus A sich in B treffen alle Strahlen aus A werden näherungsweise durch B hindurch gehen Naja also wenn da ein Punkt A leuchtet dann ergibt sich sein Bild gewissermaßen in Punkt B wo wieder alle Strahlen aus A in diesem Punkt B zusammen kommen Naja das hat eigentlich immer noch nicht so besonders viel für uns zu bedeuten jetzt aber immerhin etwas auf das möchte ich hier schon besonders hinweisen nämlich dass diese ganze rechte Seite die wir da hier haben in dieser Beziehung dass das für eine bestimmte vom Linsenmacher angefertigte Linse eine konstante Zahl ist denn da steht nur was drin über den Brechungs Index des Glases was er verwendet hat und dann die zwei Krümmungsradien die er eingestellt hat an seiner Schleifmaschine dass er dann die entsprechende Linse hergestellt hat also diese Größe hier ist eine Konstante das ist natürlich sehr angenehm für die weitere Verwendung damit wir jetzt endlich das was wir also wollen zu einer Beziehung für die Brennweite kommen machen wir jetzt dasselbe was ich Ihnen vorhin da mit diesem Versuch als Freihand Versuch gezeigt habe wir lassen den Punkt A wo diese Strauen alle herkommen weit weg von der Linse wir gehen zum Beispiel mit der Linse bis daher und dann ist der Punkt da der drüben leuchtet praktisch im Unendlichen für den Physiker ist es längst unendlich weit weg im Verhältnis zu den Dimensionen des Systems das man hier betrachtet wenn man das jetzt statt 10 Meter 50 Meter weg gibt wird sich da fast nichts nennenswertes mehr ändern daher ist es sinnvoll das als unendlich anzusehen und dann schauen was dann dahinter passiert und erinnern sie sich da haben wir ja gerade so schön den Lichtpunkt gesehen der sich dadurch ergeben hat dass dieses Strahlenbündel das ja aus der großen Distanz für die Linse praktisch ein Parallel Strahlenbündel ist in einem Punkt gesammelt wird diese selbe Überlegung die ich Ihnen da hier am Anfang so mit dem Freihandversuch nahegebracht habe mit Unterstützung für Herrn Litschauer diese Überlegung wollen wir jetzt auch anwenden wir machen also einen Spezialfall der darin besteht dass wir die Größe A den Abstand dieses Punktes A von der Linse dass wir den gegenunendlich gehen lassen also den Punkt A weit wegrücken von der Linse naja wenn wir das machen dann wird also aus den einfallenden Strahlen die von A kommen de facto im Grenzwert ein Parallel Strahlenbündel dann haben wir aber genau das was wir uns da schon angeschaut haben dass auf diese Linse dann eben ein Parallel Strahlenbündel auftrifft und dann wird also der Punkt wo die alle hinkommen dann nachher das ist ja der Punkt B wird dann der Brennpunkt damit wird das B der Abstand von dem Punkt von der Linse die Brennweite genau das wollen F in dem Fall wird wenn man diese Näherung oder diesen Spezialfall macht dann wird sich damit ergeben in diesem Spezialfall die Größe B der Abstand des Punktes B von der Linse dass dieses B gegen die Brennweite F gehen wird und das ist jetzt leicht zu machen denn wenn wir das A gegen unendlich gehen lassen in der Gleichung naja dann geht 1 durch A gegen 0 dann ist einfach weg und es bleibt nur das 1 durch B aber das geht ja gegen F das heißt da bleibt dann auf der linken Seite in diesem Grenzfall stehen als Folgerung das 1 durch F wieder in den üblichen Näherungen die wir natürlich immer gemacht haben da muss man schon aufpassen mit Gleichheitszeichen also wirklich gleich ist das eben nicht weil man halt etliche Näherungen macht sonst wird das viel komplizierter natürlich dass das gleich ist oder näherungsweise gleich ist dem N minus 1 mal und da bleibt jetzt 1 durch R 1 plus 1 durch R 2 an dieser Sache wo wir ja schon gesagt haben das ist konstant das ist linsenspezifisch ändert sich ja nichts wenn ich da das auch gegen unendlich gehen lasse nur das lässt die Linse ja kalt diese Sachen mit Brenn mit Erbrechungsindex und Krümmungsrad in der Linse das bleibt ja was es ist diese Linse die ich da in der Hand gehabt habe war auch immer dasselbe nur dieser Punkt A ist halt weit weg gewandert daher bleibt das alles so stehen und man erhält dann damit also das was man gemeinhin als die Winsen Macher Gleichung bezeichnet das hat sicher irgendjemand zum ersten Mal aufgestellt aber der hat sich also nicht entsprechend in Szene gesetzt und offensichtlich hat man dessen Name dann nicht unmittelbar mit dieser Gleichung verbunden naja so ist es halt die Linsenmacher Gleichung und da sehen Sie schon das ist also außerordentlich praktisch schauen Sie her da brauchen Sie nur mehr das was wirklich wichtig ist für die Linse den Brechungsindex und die zwei Krümmungsradien und Sie kriegen also schon die Brennweite dieser Linse heraus alles in der Näherung von dünnen Linsen naja und da wollen wir jetzt noch weil das also besonders günstig ist auch zu merken und auch beim Vergleich zu den Bedingungen bei den sphärischen Spiegeln da komme ich jetzt auf eine Frage zurück Sie haben da was gefragt mit der Reflexion da an den sphärischen Flächen das wird sich da jetzt gleich zeigen wir werden da jetzt das sozusagen noch ausweichen auswerten dass wir spezielle Linsen betrachten und als spezielle Linsen schauen wir uns einmal solche an wo beide Flächen die gleiche Krümmung haben das wird oft noch weil das ist ja nicht unbedingt erforderlich dass die zwei Flächen unterschiedlich das braucht man nur dann wenn man ein ganz ausgefuchstes Linsensystem aus mehreren zusammengekitteten und zusammengefügten Linsen aufbaut so wie es also bei den teureren Kameras verwendet werden wo also verschiedene Fehler über die morgen zu sprechen sein wird noch korrigiert werden können wo man das braucht aber normalerweise für eine Lupen zum Beispiel oder andere da muss es ja nicht ausgerechnet für jede Krümmung einen anderen Radius überlegen dann nimmt man halt die Geschichte symmetrisch genau genommen habe ich das da oben eh so eingezeichnet aber das muss da oben nicht so sein aber wenn wir also da annehmen dass R1 gleich R2 ist nein machen wir das nicht hier wir werden noch einen anderen Spezialfall betrachten wo das nicht so ist also eine spezielle Linse die wir betrachten wollen ist die wo also die beiden Flächen gleiche Krümmung haben R1 gleich R2 gleich R bezeichnen wir es einfach und der Brechungsindex den können wir generell annehmen den Brechungsindex nehmen wir an als 1,5 das ist halt was bei Glas so typischerweise ist wir reden ja von Glas in erster Linie Quarzglas wird ein bisschen einen anderen Brechungsindex haben na dann schaut das halt ein bisschen anders aus aber jetzt gehen wir mal davon aus N ist 1,5 naja und was haben wir dann da wenn R1 gleich R2 gleich R ist und N gleich 1,5 dann kriegen wir eine Brennweite F von na da müssen wir das Tollkopf rechnen da haben wir 1 durch F da steht N minus 1 1,5 weniger 1 ist 0,5 und dann steht 1 durch R plus 1 durch R das ist 2 durch R 2 durch R mal 0,5 ist 1 durch R und das ist 1 durch F also ist F gleich R das ist doch einmal was was wirklich Griffiges dass man was vorstellen kann das ist schon wichtig dass man ein bisschen eine Idee hat um was geht es da hier dass diese Gleichungen irgendwie zum Leben anfangen gewissermaßen na und was aber auch oft gemacht wird ist schon weil der Linsenmacher nicht gern so philisphärische Flächen macht dass man eine plan konvexe Linse betrachtet das ist sowas was da oben das dritte von links ist da ist ein schön plan und nur das zweite hat also so eine Krümmung plan konvex na was bedeutet das bei plan konvex der brechungsindex ist wieder 1,5 dann ist der eine Krümmungsradius ist R und wie groß ist der andere unendlich eine plane Fläche da muss der Radius dann gegen unendlich gehen das ist ja für uns überhaupt kein Problem da haben wir da 1 durch R plus 1 durch unendlich ist 0 das sind so diese Physikersprüche also bleibt da nur 1 durch R und dann haben wir da N minus 1 das ist 0,5 mal 1 durch R ist 1 durch F und daraus ergibt sich dass das F ungefähr gleich 2R ist also R1 ist R nein R1 ist und geht gegen unendlich R2 ist gleich R und es ergibt sich daraus dass F ist ungefähr gleich was haben wir gesagt 2R 2R der Brennpunkt rückt aufs Doppelte weg die Linse sammelt schwächer denn je näher der Brennpunkt hinrückt schauen Sie mir das an dem nochmal an doch je näher der Brennpunkt heranrückt an die Linse desto stärker sammelt sie ja je weiter weg rückt desto weniger wirksam ist sie naja wenn jetzt nur eine Fläche konvex ist und die andere plan dann wird die Brennweite doppelt so groß sie bricht halb so stark wenn beide gleichermaßen gekrümmt sind so wie die da oben dann gibt es mehr aus und dementsprechend ist die ist die Brennweite halb so groß und die 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 Sammelleistung sozusagen der Linse doppelt so groß und damit man das was ich da jetzt so etwas unvernünftig als Sammelleistung bezeichnet habe auch physikalisch etwas besser charakterisieren kann verwendet man hier auch den Begriff der Brechkraft einer Linse einer Linse diese Brechkraft wird manchmal als D bezeichnet und dieses D ist nichts anderes als 1 durch F die Dimension der Brechkraft ist daher Meter hoch minus 1 und das nennt man auch die berühmte Dioptrie nicht das was man bei den Linse hat das ist die reziproke Brennweite in Metern ganz einfach und je kleiner die Brennweite wird desto größer wird die Brechkraft und wenn man doppelt so viel Dioptrien hat dann ist die Brennweite von der Linse die man da vor den Augen hat eben halb so groß und daraus erkennen sie also schon dass eben hier die die Bi-Konvex-Linse die erste der Linse die doppelte Brechkraft hat wie die Plan-Konvex-Linse ich glaube das ist damit sehr anschaulich und sie können sich daher sehr gut vorstellen wie also diese diese Brechkräfte auch wirklich sinnvoll verwendet werden um das die Eigenschaften von Linsen darzustellen naja jetzt wissen wir also wie die Linsenmacher ihre Linsen herstellen und sie werden jetzt nicht anfangen Linsen herstellen aber was ich meine ist sie wissen wie hängen die Dinge die geometrischen Gegebenheiten einer Linse mit ihrer Brechbreinweite zusammen und zu dem Punkt mit der Reflexion wenn sie sich das anschauen das F ungefähr gleich 2R das ist ganz analog zu dem was wir gehabt haben bei den sphärischen Spiegeln auch dort hatten wir eine ähnliche Beziehung zwischen Brennweite und Krümmungsradius das kann man also hier in ähnlicher Weise wiederfinden morgen werden wir jetzt aber dann ausgehend von dem was wir hier gelernt haben auch uns anschauen wie man jetzt mit Hilfe von solchen Linsen auch Bilder konstruieren kann und zwar einerseits reelle sowie zum Beispiel beim Beamer oder aber auch virtuelle wie bei der Lupe das schauen wir uns morgen an und damit werden wir dann anschließend noch was denn so Linsen auch für Fehler aufweisen da haben wir sehr schöne Experimente um das zu zeigen also es zahlt sich aus auch noch so spät im Semester in die Vorlesung zu kommen wir haben noch nicht all unser experimentelles Pulver verschossen es gibt noch einige Experimente die recht interessant sein werden und dann beginnen wir aber mit anderen wichtigen Kapiteln der Optik das werden Sie dann schon sehen Dankeschön und dann Untertitelung. BR 2018